Das Hotel Chateau de la Messadire liegt in Saint-Tropez-en-Code d'Azur. Das Hotel Chateau de la Messadire ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel. Weiter, das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 6 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,7 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur 6 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Service. Der Service des Hotels ist überragend, was sich besonders in der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Fremdsprachenkenntnisse des Personal widerspiegelt. Gäste bewerten den Service mit 6 von 6 Sonnen. Zimmer. Saubere, geräumige Zimmer mit guter Ausstattung. Die Gäste sind rundum zufrieden mit den Zimmern des Hotels und vergeben eine Top-Bewertung von 5,9 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 5,8 Sonnen von 6 Sonnen. Gastronomie. Die ausgezeichnete Küche wird von den Gästen sehr gelobt und erhält für die kulinarischen Künste die hervorragende Bewertung 5,8 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,4 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.